Mallorca. Mitten in Canaratiada steht das Restaurant Reprisas. Margit und die Lebensgefährte Herbert betreiben das Lokal gemeinsam. Die beiden haben sich vor zwölf Jahren den Lebenswunsch vieler Deutscher erfüllt, leben und arbeiten auf der Sonneninsel. Doch die Gäste bleiben aus. Der Traum der Auswanderer droht zu platzen. Frank Rosin ist ihre letzte Hoffnung. Margit, wie viele Schulden habt ihr eigentlich? 25.000. Der Sternekoch in seinem härtesten Einsatz. Ein riesiger Schuldenwerk und regelrechter Familienkrieg. Für mich ist er großgemachte Scheiße. Zwischen Margits Lebensgefährten Herbert und ihrem Sohn Markus herrscht seit Jahren handfester Streit. Und das merkt auch das Prisas-Team. Das war eine extreme Situation, wo Herbert und Markus sich hier schon in der Küche geprügelt haben. Die Fronten sind extrem verhärtet. Es gibt Männchen, die haben bei mir verschissen und da rede ich nicht mehr mit. Brisas Chef Herbert macht dicht. Sein Stiefsohn Markus ist verzweifelt. Ich kann nicht mehr. Das geht einfach nicht. Frank Rosins Mallorca-Mission droht zu scheitern. Der Sternekoch ruft zur Krisensitzung. Du bist nachts um sieben Uhr unterwegs. Und das stimmt doch nicht. Das stimmt doch einfach nicht. Was soll ich tun, wenn ich, wenn das nicht stimmt, was versuchst du mir einzureden? Du hast unser Geld veruntert. Also ich höre mir jetzt hier Sachen an. So geht es hier. Sag doch jetzt auch mal ruhig. Ey, ich gehe nach Hause. Ich stehe auf und fliege gleich nach Hause. Sag doch jetzt mal ruhig. Nein, nein, nein. Es kommt zum Eklat. Kann Frank Rosin die Wogen noch glätten? Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Sein Restaurant wurde zum Besten des Jahres gekürt. Er selbst hat zwei Sterne und 18 Gourmet-Joh-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Um das Brisas auf Mallorca zu retten, braucht der Spitzenkoch neben all seinem Wissen auch seine gesamte Menschenkenntnis. Mallorca. Für die Deutschen ihr 17. Bundesland. Auf der sonnigen Baleareninsel leben mittlerweile mehr als 20.000 Bundesbürger. Im Nordosten der Sonneninsel liegt der Ferienort Cala Ratiada. Hier befindet sich das Restaurant Tebrisas. Seit zwölf Jahren betreibt Bankkauf-Frau Margit zusammen mit ihrem Lebensgefährten Herbert das gutbürgerliche Lokal. Doch seit Jahren verrührt sich kaum ein Gast mehr ins Restaurante. Die Pleite droht. Was bleibt mit der Namen über? Hast vier? Wir nennen uns doch mal Namen. Die 61-jährige Margit leitet in Brisas den Service. Der gelernte Restaurantfachmann Herbert kümmert sich um die Küche. Gleich nebenan steht die Sportsbar La Ola. Die wird von Margits Sohn Markus geführt, als Untermieter des Brisas. Und beide Läden teilen sich eine Küche. Als wären die finanziellen Sorgen für Chefin Margit nicht genug. Ich sitze immer so zwischen zwei Stühlen. Und das ist natürlich auch was, was mich unheimlich belastet. Zwischen Lebensgefährte Herbert und seinem Stiefsohn Markus herrscht handfester Streit. Wenn ich den See gehe, gehe ich meine nacken Haare hoch. Mein Verhältnis zu Herbert ist eigentlich beschissen. Ich bin heute im wunderschönen Calaradiade auf Mallorca, weil ich das hier bekommen habe. Hallo Frank, wir brauchen dringend deine Hilfe. Für mich braucht der Herbert einen Arschtritt. Ich bin kein Koch. Der ist so zurückgeblieben in den 60er Jahren. Es ist seit elf Jahren die gleiche Karte. Die meisten, die reden mir in dieser Sache rein, wo sie am wenigsten Ahnung von haben. Es ist ein Tod auf Raten und ich bin noch nicht bereit zu sterben. Mein Gott, die haben ja richtigen Stress. Das hört sich wahrlich nach Problemen und Ärger an. Naja, mache ich mich mal auf den Weg. Ins Restaurantte Brisas. Um helfen zu können, muss der Sternekoch mehr erfahren. Von Markus, dem Sohn der Brisa-Chefin, will er sich die Gründe für die Misere erklären lassen. Hallo, bist du Markus? Ja, ich bin Markus. Hallo Frank. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, wie geht's dir? Naja, nicht so toll. Nicht so toll? Nee. Was ist denn das Problem? Erzähl mal. Naja, wir haben hier ein Restaurant und eine Bar. Ja, und das Restaurant, das gehört meinen Eltern, also meiner Mutter und ihren Lebensgefährten. Okay. Und du hast eine eigene Bar? Ich habe eine eigene Bar. Und die Geschäfte von deiner Mutter und dem Lebensgefährten deiner Mutter und dir sind nebeneinander? Ja. Und ja, es ist sehr dramatisch im Moment. Das heißt, wir haben im Prinzip durch unseren Vermieter eigentlich die Auflage bekommen, wenn wir nicht dieses Jahr am Ende der Saison eigentlich alles soweit finanziell abgeklärt haben, dass wir wieder Paris sind, kann es also sein, dass wir den Laden, nicht nur des Brisas, sondern auch meinen, dann halt verlieren werden. Wirklich? Ja. So schlimm? Ja. Das ist natürlich gewucht. Tja. Es ist fünf vor zwölf. Aus Sorge vor dem drohenden Bankrott seiner Mutter und dem Verlust seiner Sportsbar hat Markus Frank-Rosin gerufen. Was ist das Hauptproblem? Dass der Lebensgefährtin meiner Mutter allem und jenen misstraut und meint, alles das, was er sagt und alles das, was er macht und alles, was er tut, ist das Richtige. Ich finde es eigentlich traurig, denn meine Mutter ist eigentlich immer da, die alles ins Geschäft reinsetzt und versucht und macht und tut, aber er hat einen Lebensstil, wo ich sage, das passt alles nicht ineinander für ein Geschäft zu führen. Das heißt, dass er eigentlich der Letzte ist, der kommt und der Erste, der abends geht. Oder auch nicht, weil er dann abends an seinem Tresen festklebt und nicht nach Hause kommt. Unglaublich, was Markus über den Brisas Inhaber, den Lebenspartner seiner Mutter, berichtet. Ob das alles stimmt? Davon will sich der Sternekoch jetzt selbst überzeugen. Und sag mir doch mal, wie geht es dir denn dabei? Wie fühlst du dich denn dabei? Beschissen, weil ich sehe, meine Mutter leidet Höllenqualen dadurch, weil sie effektiv nicht mehr durchkommt zu ihm. Ist das vorprogrammiert, dass es irgendwann zu Ende geht? Weil irgendwann zerbrichst du daran, weil es geht einfach nicht. Es frustriert einen nur noch irgendwo. Weißt du was, was ich gerade merke, hier ist so viel Wut. Du kochst ja, das ist ja Wahnsinn. Ganz ruhig, wir machen das schon. Bei Markus hat sich über die Jahre so einiges angestaut. Einen Katzensprung vom Mittelmeer entfernt steht das Restaurant de Brisas. So ganz ohne Gäste haben Brisas-Chefin Margit und ihr Team viel Zeit für einen Plausch. Zum Stammpersonal gehören die Servicekräfte Ilona und Amal sowie Koch Jochen. Hallo. 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 Hallo, ich bin Margit. Hallo, Margit. Hi, Amal. Hallo, Amal. Hallo, Ilona. Hallo, Frank. Hallo, Ilona. Hallo, Frank. Ich bin der Jochen. Hallo, Jochen. Grüß dich. So, schön. Einer fehlt doch, oder? Ja, Herbert. Herbert? Ja. Wo bist du? Herbert? Was machst du denn da so alleine, Herbert? Küche ist immer im Hintergrund. Grüß dich. Hallo, Frank. Hallo. Markus hat mich ja gerufen. Was gibt es für Probleme? Ja, das Problem, was ich sehe hier, ist ganz einfach, am Ende bleibt einfach zu wenig über, obwohl wir mit allem Mann hier rödeln. Sag mal, die Mitbewerber, die haben natürlich auch viel von uns abgeguckt und dann gehen die mit Dumpingpreisen dran. So, wenn ich dann sehe, ja, der Deutsche ist nochmal auch so, der Deutsche Tourist, der liest die Speisekarte von der rechten Seite. Es hört sich so an, dass von eurer Seite aus alle schuld sind, nur ihr nicht. So sieht es aus, ja. So sieht es wirklich aus, ja. Ist es denn so? Ja. An den seit Jahren ausbleibenden Einnahmen in Brisas sollen, so Chef Herbert, allein der Geiz der deutschen Touristen und die Konkurrenz schuld sein. Markus scheint das anders zu sehen. Ich denke eher, dass man dafür sorgen muss, dass man vielleicht in den Zeiten, wo der Leerlauf da ist, das Geschäft dann im Prinzip ankurbelt mit irgendwas. Ich denke mal, dass uns da vielleicht irgendwas anderes fehlt zum Anbieten. Chefin Margit und Sohn Markus sehen also im Speisenangebot ein Problem. Doch Chef Herbert akzeptiert keine Widerrede. Ich habe immer das Gefühl, dass jeder mir versucht zu erzählen, was ich zu machen habe. Und wir haben alle eher weniger Ahnung als ich. Ich mache eine ehrliche Küche. Guck mal her, was ist los? Kochst du gerade in der oder was? Ja, ich bin halt irgendwo der Meinung, dass Herbert Angst wahrscheinlich davor hat, neue Dinge anzugehen, weil er vielleicht mit dem, was er eigentlich schon macht in der Küche, überfordert ist und dann damit noch mehr überfordert wäre. Er hat wahrscheinlich auch irgendwo vielleicht Probleme damit, was ganz Neues zu machen. Auf der anderen Seite weißt du ganz genau, wir haben schon viele Sachen gemacht. Ein Gericht, Herbert, ein Gericht wird dann draußen neu angeboten. Dann läuft es nicht, dann wird das Schild wieder reingestellt und im Endeffekt danach wird gar nichts mehr gemacht. Er macht eine große Welle für Schüsse, als wenn er der liebe, nette Mensch ist. Das ist ein Clown für mich, das ist ein Schauspieler. Ein Großkotz. Das ist so, als wenn ein Hartz-IV-Empfänger mir erzählen, wie man Millionen macht. Also Kinder, ich sehe, das ist hier kein Restaurant, das ist eine Riesenbaustelle hier. Und wohl auch ein familiäres Krisengebiet.